die erbse vom anderen planeten ich sage ihnen die sterne voraus und asterix kümmert sich um das seelenheil wie heißt du eva ja hallo eva welche sternzeichen hast du da zwilling ja ja ach so du glaubst er liebt dich nicht ja ich lege mal die karten ja ja da kann ich auch nicht lieben der ist ja schon ja also egal wie viel karten ich ja auf decke also die gar alle sagen ganz eindeutig erst schul das wird so nichts wie alt bist du 36 ja das ist doch weißt du was eva ich würde sagen ich kann dir da überhaupt nicht helfen aber kommt doch einfach in die erbse wir trinken eine schöne schwarze sau dann wird der abend schön lustig nur tschüss